3. Gruppe, bei mir sammeln! Hinsammer, der Feldwebel! Wir haben den Streit! Ich kann doch nicht hin! Los, los, los! Sofort, der Feldwebel! Auch ein bisschen, das sind noch mehr! Unter, Herr Feldwebel! Noch mehr Amis! Da sind noch mehr Amis! Die machen uns fertig! Unter, Herr Feldwebel! Sie verlassen ihre Position! Sie haben ihn getroffen! Die werden uns alle töten! Die verlassen ihre Position! Wir müssen weiter schließen! Die erbieten das Feuer runter, Herr Feldwebel! Feuer! Die schießen auf mich! Er wurde getroffen! Geht über die Flanke! Versucht es über die Flanke! Ich werde beschossen! Ich werde beschossen! Feuer, Kammer! Ich gehe nicht getroffen! Die Mangel ist fertig! Vorrechte Zermot, Feind ausgeschaltet! Feind bewegen! Achtung! Feind bewegen! Runter, Herr Feldwebel! Geht auf Feind bewegen! Sie kommen über die Flanke! Schießt alle weiter! Feind ausgeschaltet! Der ist erledigt! Der ist erledigt! Sie verlassen ihre Position! Noch mehr Amis! Runter, Herr Feldwebel! Sie sind in der Flanke! Feind ausgeschaltet! Feind bewegen! Feind ausgeschaltet! Sie erbieten das Feuer! Sie schießen auf mich! In Bewegung! Sie verlassen ihre Position! Sie verlassen die Flanke! Wenn dabei! Wir müssen über die Flanke! Schießt weiter! Ich bin in Position! Sie verlassen die Opposition! Achtung! Feindbewegung! Ich kann doch nicht hin! Sie verlassen ihre Position! Wir müssen über die Flanke! Versucht es über die Flanke! Geht über die Flanke! Die schießen auf mich! Runter, Herr Feldwebel! Feuer verlagert! Das geht nicht! Sie haben ihn gebraucht! Achtung! Feind bewegt! Was sind noch mehr Amis? Sie verlassen ihre Position! Sie verlassen ihre Position! Vorsicht, noch eine Katastrophe! Sie haben ihn getraut, wir falsch verfeuern! Los geht's! Vorsicht, Vorsicht! Sie verlassen Ihre Vorsicht runter, Herr Feldwebel! Das sind noch mehr Amis! Sofort, Herr Feldwebel! Feuer! Feuer verlagern! Die Sprengsätze wurden feind ausgeschaltet! Die machen uns fertig! Achtung! Feindbewegung! Geht klar! Feindbewegung! Bin dabei! Er ist getroffen! Er ist getroffen! Die werden uns alle töten! Runter, runter, Herr Feldwebel! Noch mehr Amis! Achtung! Feindbewegung! Feindbewegung! Feind! Ausgeschaltet! Ich kann dort nicht... Achtung! Feindbewegung! Feuer! Da sind noch mehr Amis! Achtung! Feindbewegung! Feindbewegung! Sofort, Herr Feldwebel! Oh Mist! Das sind noch mehr! Das sind noch mehr Amis! Die Schieße auf mich! Oh Mist, da sind noch mehr! Der ist erledigt! Sie kommen über die Flanken! Der ist erledigt! Genau so macht man das! Schießt weiter! Wir müssen über die Flanken an Sie heran! Feuer! Sie verlassen Ihre Position! Die erwidern das Feuer! Los, Bewegung! Ich bin dabei, Amerikaner! Weiter so! Ich hab einen erwischt! Da kann ich nicht hin! Feuer! Ich bin dabei! Sie verlassen Ihre Position! Sie kommen über die Flanken! Schießt Feindkontakt! Das geht nicht, Herr Feldwebel! Feuer! Sie verlassen Ihre Position! Achtung! Feindbewegung! Ich kann dort nicht hin! Ich kann dort nicht hin! Los, los, los! Dritte Gruppe! Bei mir kam es! Verdammt gut! Feind ausgeschaltet! Sie kommen über die Flanken! Der ist erledigt! Vorsicht! Geht über die Flanke! Nach da drüben! Los! Sofort, Herr Feldwebel! Ich kann dort nicht hin! Da kann ich nicht hin! Sie verlassen Ihre Position! Feuer! Sie erwidern das Feuer! Geht über die Flanke! Sie kommen über die Flanken! Achtung! Feindbewegung! Ich bin dabei! Ich werde beschocken! Ich kann dort nicht hin! Sie erwidern das Feuer! Geht über die Flanke! Sie verlassen Ihre Position! Noch mehr! Das geht nicht, Herr Feldwebel! Feindkontakt! Runter, Herr Feldwebel! Da kann ich nicht hin! Sie verlassen Ihre Position! Sofort, Herr Feldwebel! Das geht nicht, Herr Webel! Das geht nicht, Herr Webel! Verschwinden wir uns wieder! Verschwinden wir uns wieder! Verschwinden wir uns wieder!